Im letzten Video haben wir drei Möglichkeiten vorgestellt, wie Bastian die Schlüsselübergabe für sein Airbnb-Haus organisieren könnte. Jetzt zeigen wir eine vierte Variante, die RSA-Methode. RSA ist ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren. Auch hier verschließt Bastian sein Haus mit einem Kombinationszahlenschloss. Er nutzt die RSA-Methode, um das Schloss sicher einzustellen. Dafür veröffentlicht er zwei Zahlen auf seiner Airbnb-Seite, die man benutzen soll. Bastians öffentlicher Schlüssel 1 und Bastians öffentlicher Schlüssel 2. Und so werden die beiden Schlüssel berechnet. Bastian wählt zwei Primzahlen zufällig, zum Beispiel 17, Primzahl 1, und 11, Primzahl 2, die er geheim hält. Diese multipliziert er miteinander. Das ergibt 187. Die 187 ist Bastians öffentlicher Schlüssel 1, den er auf seiner Airbnb-Seite veröffentlicht. Für Schlüssel 2 wählt Bastian zufällig eine weitere Zahl, zum Beispiel 7, die teilerfremd zu in Klammern Primzahl 1 minus 1 mal in Klammern Primzahl 2 minus 1 ist. Bastian veröffentlicht auch diese 7 zusätzlich zur 187 auf seiner Airbnb-Seite als Bastians öffentlicher Schlüssel 2. Folgende Informationen findet Anna auf Bastians Airbnb-Seite. Benutzung des RSA-Verfahrens Bastians öffentlicher Schlüssel 1, 187 Anna wählt für sich einen Schlüsselcode, den Bastian beim Schloss einstellen soll. 0,88 Sie führt nun folgende Rechnung durch. Hier muss Anna erstmal kurz einen mathematischen Kniff anwenden, weil ihr Taschenrechner 88 hoch 7 nicht schafft zu berechnen, allein schon weil das Display zu klein für dieses riesige Ergebnis ist. Aus der Schule weiß sie, dass man Modulo-Arithmetik benutzen kann, um die Berechnung zu erleichtern. Die 7 kann man in Summanden zerlegen, wodurch es dann möglich ist, die Modulo-Berechnungen in Einzelrechnungen aufzuteilen, die ein Taschenrechner R schafft. Zum Beispiel in 7 ist gleich 2 plus 2 plus 2 plus 1. In unserem Beispiel sieht die Modulo-Arithmetik so aus. Ausmultipliziert sieht das so aus. Das Ergebnis der Berechnung ist 11. Anna schickt die Zahl 11 über WhatsApp an Bastian. Bastian berechnet für sich seine Entschlüsselungszahl mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus. Für diese Zahl gilt Bastians öffentliche Erschlüssel 2 mal Bastians Entschlüsselungszahl durch Klammer auf Klammer auf Bastians geheime Primzahl 1 minus 1 Klammer zu mal Klammer auf Bastians geheime Primzahl 2 minus 1 Klammer zu Klammer zu. Es bleibt ein Rest von 1. Der erweiterte euklidische Algorithmus findet die 23, die kleiner ist als 160, als Bastians Entschlüsselungszahl. Und hier kommt die Überprüfung, ob die 23 die Bedingungen erfüllt. Bastians öffentlicher Schlüssel 2 mal Bastians Entschlüsselungszahl geteilt durch Klammer auf Klammer auf Bastians geheime Primzahl 1 minus 1 Klammer zu Klammer zu Klammer zu. Und hier die Formel mit unseren Zahlen. Raus kommt 161 geteilt durch 160, übrig bleibt ein Rest von 1. Bastian berechnet nun folgendes. Erhaltene Zahl von Anna hoch Bastians Entschlüsselungszahl, Modulu 187, ist gleich 11 hoch 23 Modulu 187. 11 hoch 23 ist wieder mal viel zu hoch, weshalb man die 23 zerlegen muss, wie zum Beispiel 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 3. Mit dem errechneten Ergebnis kommen wir zu folgender Nebenrechnung. Diese ergibt schlussendlich 88. Bastian stellt die 088 am Zahlenkombinationsschloss an seinem Haus ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020